Und I don't need to speak a single word Cause you got me all in Hey und herzlich willkommen bei Nikludi Heute gibt es wieder ein neues Video Und zwar dreht sich heute alles um die Itemswaps Ihr könnt ja aktuell Itemswaps erspielen Dann könnt ihr coole Packs erspielen Zudem gibt es das Sympath 85 Plus Pack Das ich auch in dem Video öffnen werde Vielleicht ganz kurz noch zu den Swaps Was habe ich gemacht? Also und zwar, ich habe jetzt erstmal das 25 mal 83 Plus Und 25 mal 82 Plus Pack genommen Wenn ich das richtig zusammenrechne Es sind es glaube ich 8 Tokens Ihr könnt aktuell 9 Tokens erspielen Werde ich wahrscheinlich dann noch in der zweiten Season 10 Tokens übrig haben Wo ich dann noch ein Item Pack nehmen kann Leider diese Spieler, die man sich aussuchen kann Die Item Spielers finde ich persönlich jetzt nicht so stark Schreibt es mir dann mal in die Kommentare Was ihr genommen habt aus den Aufgaben Oder aus den Swaps, was ihr gewählt habt Würde mich interessieren Aber ich würde euch raten Die Packs glaube ich zu nehmen Hat man eine Chance, was Gutes zu ziehen Und ihr könnt natürlich das dann auch in alten SBCs etc. stecken Das Ganze war ja auch, sag ich mal Ja, Squad Battles, wisst ihr ja, macht null Spaß Aber ansonsten war das ganz gut Die Däten sind eigentlich immer rausgetwittet Dann kann man sich die Tokens ganz easy erspielen Ihr seht jetzt auf jeden Fall im Video Also das habe ich live im Stream geöffnet Ein Kumpel von mir war noch mit dabei War auf jeden Fall echt ein super, super lustiger Stream Hat mir da viel Spaß gemacht Lasst auf jeden Fall hier einen Daumen nach oben auf dem Video da Wenn es euch gefällt Ihr werdet sehen Wir haben auch den ein oder anderen What-If-Player die Zoten Wir haben auch dann Kleno die Zoten Darf natürlich nicht fehlen Bester Mann der Bernd Den haben wir natürlich auch die Zoten Wie gesagt, seht selbst Wie die Packs bei mir gegönnt haben Und ja, jetzt ganz viel Spaß mit dem Video Mammut, 95, der Trich wäre super Ja, machen wir noch ein bisschen Wehrdruck, oder? Oder Rashford Der Rashford wäre auch Der Rashford wäre auch okay Öffne ich noch einen Bronze-Epic davor Ah, okay Ne, jetzt gehen wir rein Guck mal, wie der einfach oft rotten Ich bin echt Ich war dort Erste, Hürde, schon mal gemeistert Genau Rashford Äh Erfahrung Du hast ganz viel Erfahrung gehabt Ganz, ganz viel Erfahrung Was ist denn das hier? Das ist das letzte Ding Was machst du denn hier? Ach, wie scheiße Lass mal das Pack dann Warte Ja, ja Waran Nochmal Antrade, wichtig Warum denn? Leno Auf Ehre Okay, das Pack Das Pack ist gut Gutes Pack Ich will nichts hören, das Pack ist klassisch Sehr gutes Pack Bams Sehr, sehr gutes Pack Hey, das Pack ist voll gut Du schaust ich denn auch nur? Ja, das ist überhaupt nicht gut Nichts ganz verarschen Du hast net mal Irgendwas mit 90 plus Ja Ey Olli, sei ruhig, komm her Du hast jetzt Du machst besser Guck mal, du hast hier Warte, ich zähl jetzt Ja, ja, guckst du bitte Guck mal, ja genau Also Corona hast auch dabei Vielleicht ist hinten noch was Jetzt guck mal Eins, zwei, drei, vier Also warte mal Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, mein Freund Ja, 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 vierzehn Fünfzehn Mal hast du mir drei und acht gestohlen Du kannst schon mal nach rechts Sechzehn Wen willst du hier hopsen, wen willst du hier hopsen heben? Ach du Scheiße Ich hab das bisschen Angst, ja Krisch 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 Ja Gesunde Wort ist Togge Kranzreich Was ist das? Na, 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 na Achtundachtzig Achtundachtzig ist gleich SBC-Futter Ich hab immerhin ne Special-Tart, ja Ich hab immerhin Ach, erzählst du jetzt plus zwei oder was ist das? Ich hab hier immerhin ne Special-Tart, ja Ich hab hier immerhin ne Special-Tart, ja Ich hab hier immerhin ne Special-Tart, ja Das ist um hundertmal besser, ja Das ist deutlich besser, ja Na ja Na ja, dran hoffen wir es mal Da kann auf jeden Fall noch was Gutes Schön wär's, Moritz Schön wär's Sollen wir nichts drücken? Sollen wir einfach mal laufen lassen? Lass mal laufen Okay, ich lass mal Ich lass mal weitlaufen Kann doch mein Ronaldo sein Ui Ui Ha? Und Thomas Müller Was ist das hier für ein Pet? Kick-Pace-Legende Thomas Müller Das nenn ich Pet Das nenn ich Pet Das nenn ich Pet Und da ist ja noch Rashford dahinter Warte? Da rechts ist noch Rashford Das sieht krass aus Okay Fast Zählst du mal deine 82 Kugel und 83 Kugel Dann komm schon auf den gleichen Wert wie bei mir, oder? Ungefähr Das Pet ist ja wohl hundertmal besser Sehr gutes Pack Da sind immerhin vier Special-Tarts drin Sehr gutes Pack Und noch ein 89er Armin Younes auch wichtig Ich will nichts hören Ich will Teile nie wieder Beschwerden hören Ja, das sieht krass aus Hoffentlich dem Indy Nein Oh, der sieht gut aus Was will ich mit dem? Ja, ne für dein Team jetzt nicht Aber so an sich ist es ne gute Karte Ja, du, den kann man echt einwechseln Joschi hat schon recht Der ist net schlecht Wenn der nur ein Upgrade kriegt Wenn der jetzt auf 89 steht Das wär krank Ja, Sub ist der echt okay Ich glaub der kostet ein halbes Vermöden Ja gut Wenn du die kaufen musst Oh krass Ich bin zufrieden Jungs, ehrlich Ich mach jetzt nochmal nach Nein Mann, das war jetzt wieder los Scheiß Getrat War richtig schön Richtig schön Warum? Achso Jetzt hab ich nur die beide Okay, das ist keine Ahnung Die kann ich mir nachher wiederholen, ha? Ich mach mit der Nase auf, okay? Entweder wir den jetzt komplett baden Oder es kommt was geiles 5x85 plus EA Sports Gönn was Schönes Gönn ich eh Ja, Wartok Oplack 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 ärneunzig Ich eigentlich Ratinggeil Ich bin ehrlich glaub da mach ich jetzt so der Plus damit Weil so ein einneunzeiter ist immer geil Besser wie edisch man Leno Ja, doch. Gutes Pet. Gutes Steak. Bams. Sehr gut. Bams kommt aufs Thumbnail. Sehr gut. Das ist schon durch. Lena oder CR7? Guter Titel eigentlich. Passt. Würde ich so machen. Ja, doch. Mach ich auch. Bams oder CR7? Würde ich so machen. Ja, passt. Er hat jetzt drei Pins. Oh, ja. Verstehe. Er hat jetzt drei Pins. Ach du Scheiße. Es ist wild, ne? Ja, sehr wild. Das ist echt wild. Er hat jetzt drei Pins. Viel Glück, großer. Ja, ehrlich. Ja, wir drücken jetzt die Daumen. Ich hoffe, da kommt was Nices. Oh mein Gott. Viel schlechter geht's nicht. Das ist aber... Das ist sehr viel Erfahrung. Sehr, sehr viel Erfahrung. Das ist sehr viel Erfahrung. Da wäre sogar Nakata, glaube ich, noch gut gewesen. Ach warum? Warum hätte ich Spaß? Ich würde... Als es gerade noch geschrieben hat. Ach du Scheiße. Das ist ein großes... Ich würde, glaube ich, echt Veron... Du hast dir jetzt für eine Million Veron Andre gegönnt. Was ist mit Klose? Hör doch auf. Der deutsche Legende. Der hat 82 gut. Ja, doch. Kopfballengehör, da kann ich mich noch erinnern. WM 2002. Also ich glaube... Ich bin euch ehrlich, ich würde, glaube Klose nehmen. Ich würde auch Klose nehmen. Auf Ehre Klose. Aber es kommt drauf an, wenn er jetzt keine gute Sechse hat, dann kann er ja Veron spielen. So, jetzt habt ihr das Ganze bei mir gesehen. Ich würde sagen, das 83 Plus Pad war eine absolute Katastrophe. Rönt sie den raus an Yoshi. War jetzt nicht so stark, aber gut. Das 82 Plus Pad war dann schon besser mit vier Special Cards. Vor allem diesen Pereira. Ich hoffe, Udinese, die knallen in den nächsten Spielen ein paar Dinger rein. Dann werde ich den als Sub mal testen. Entweder auf der 8 oder eben auf dem Flügel. Müssen wir mal probieren, was der Mann so tankt. Ansonsten war es in der Summe eher ernüchternd. Natürlich wieder schön SBC-Futter. Aktuell, finde ich, gibt es den Item-Player-Pit. Leider keinen Spieler, der mich interessiert. Von dem her, ja. Auf jeden Fall, lasst es mich wissen, wie bei euch die Item-Swaps gelaufen sind. Ich hoffe, ihr hattet noch ein bisschen mehr Paddlers wie ich. Ich gönne es euch auf jeden Fall. Und ja, haut rein. Wir hören und sehen uns ganz bald wieder hier auf meinem YouTube-Kanal Nick Ludi. Herzchen geht raus an euch und macht's gut.